Hey Mann, schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir über die unbequeme Wahrheit über Frauen sprechen. Und ich möchte dir auch am Ende des Videos erklären, warum ich denke, dass diese unbequeme Wahrheit gar nicht so unbequem ist. Aber man muss sie einfach kennen, um zu verstehen, was wirklich passiert. Ganz wichtiges Video für dich als Mann. Je jünger du bist, desto wichtiger ist das für dich, damit du in deinem Werdegang mit Frauen auch die richtigen Entscheidungen triffst, aufgrund der richtigen Basis. Sei gespannt und wir starten durch ins Video. Also wovon rede ich, wenn ich von der unbequemen Wahrheit über Frauen rede? Das große Problem, was viele Männer haben und das ist auch gesellschaftlich gemacht, ist, dass wir Frauen mystifizieren und Frauen romantisieren. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir ihnen unglaubliche mystische Qualitäten andichten. Frauen sind das romantische Geschlecht. Frauen sind unfehlbar. Frauen sind nun mal hin und her und in ihren Emotionen und deswegen ist es normal und okay, wenn sie sich auch mal umentscheiden. Also wir nehmen einfach viele Dinge und packen sie sozusagen auf die Frau. Also viele unserer Vorstellungen nehmen wir, packen sie auf die Frau. Die Frau ist die Hure, die einfach nur gefickt werden will. Die Frau ist die Heilige, ja man sagt diesen Madonna-Ruhung-Komplex, die Heilige, die keinen Sex hat und die das gar nicht interessiert. Also wir nehmen einfach irgendwelche Wunschvorstellungen, die wir Männer haben und legen die auf die Frau, ohne zu merken, dass das in Wirklichkeit gar nicht so ist. Und dann sind wir überrascht, wenn wir herausfinden, dass es doch bei den Frauen ganz anders läuft. Und jeder, der mal in einer Beziehung war, die dann irgendwann zu Ende gegangen ist und wo man dann gemerkt hat, oh wow, jetzt ist hier kaum die Beziehung vorbei und schon hat es den nächsten Mann am Start, schon ist sie in der nächsten Beziehung. Jeder Mann, der das mal erlebt hat, und ich glaube, das dürften viele sein, wird sich gedacht haben, wow, alles was ich über Liebe und Romantik gedacht habe zu wissen, ist auf einmal zerplatzt und ist verloren gegangen. Liegt aber einfach nur daran, dass man einer Illusion aufgesessen war, einer Täuschung, deswegen heißt es ja enttäuschen, das Ende der Täuschung, das ist etwas Gutes. Du bist also einer Illusion aufgesessen. Wir haben ja schon mal über das Thema die eine gesprochen, die eine große Liebe und dass ich dir gesagt habe, es gibt mehrere passende Frauen für dich, nicht unbedingt nur die eine, aber das ist wieder eine dieser Romantifizierungen, die auch viel durch Hollywood-Filme, aber auch durch Werbung, durch auch deutsche Serien, Filme allgemein, wird das viel injiziert in die Person, Bücher, also in Geschichten wird das immer so dargestellt. Deswegen sehen wir das als normal. Die unbequeme Wahrheit, die du jetzt über Frauen verstehen musst, ist, Frauen, genau wie wir Männer, genau wie jedes andere Lebewesen auf diesem Planeten, folgt einem gewissen Programm auch. Ja, also wir sind alle auf gewisse Art und Weise programmiert, wir sind alle dazu programmiert, ich fange es jetzt mal ganz basic an, auf einem Level, wo wir uns sicherlich nicht darüber streiten müssen, wir sind alle darauf programmiert, nach Nahrung zu suchen. Ja, das ist ein ganz klassischer Basic Instinct, würde ich sagen, genauso wie der Basic Instinct, sich vorzupflanzen. Manche Leute machen das nicht, du kannst dich aktiv dagegen entscheiden, genauso wie du dich aktiv gegen das Essen entscheiden kannst. Aber unser Instinkt, unser Bedürfnis ist trotzdem da. Gegen all diese Sachen kannst du dich auch entscheiden, deswegen will ich nicht sagen, das, was ich gleich über Frauen erzähle, ist nicht so, Frauen sind dem hilflos ausgeliefert und alle Frauen sind auf jeden Fall immer so. Nein, aber die natürliche Tendenz bewegt Frauen in genau diese Richtung und das zu verstehen ist total wichtig. Natürlich kann man sich auch dagegen entscheiden. Eine Frau, die zum Beispiel in einer oder sehr krass kirchlich aufgewachsen ist, kann natürlich durch diese Doktrinen der Kirche verschiedene Bedürfnisse auch, ich sag mal, komplett beherrschen oder unterdrücken, je nachdem, wie man es sehen möchte. Es ist auch eine Möglichkeit, natürlich. Und in der Kirche geht man ja auch davon aus, dass eben diese Unterdrückung genau das ist, was uns Menschen vom Tier unterscheidet. Aber gut, das ist wieder eine andere Sache, über die wollen wir jetzt hier nicht reden. Also, was ist diese unbequeme Wahrheit, von der ich jetzt die ganze Zeit rede, in Bezug auf Frauen? Männer haben das, oder die Vorstellung, diese romantizierte Vorstellung, Hey, wenn ich mit einer Frau zusammen bin, dann ist es für immer und sie liebt mich für die Person, die ich bin. Ich glaube, die Frau liebt dich nicht unbedingt für die Person, die du bist, sondern auch zum großen Teil für den Mann, den du darstellst und auch für den Status, den du darstellst. Natürlich liebt die Frau dich auch für diese ganzen Kleinigkeiten, die passieren. Aber du musst verstehen, dass das auch nur ein Teil davon ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Hey, auch Männer, die keinen besonders hohen Status haben, haben ja Frauen an ihrer Seite. Jetzt ein Hartz-IV-Empfänger, der hier in Marzahn wohnt oder so, der hat jetzt nicht so den sozialen hohen Status. Auch der hat eine Frau an seiner Seite. Stimmt. Aber der hat dann meistens eine Frau an seiner Seite, die, was den sexuellen Marktwert, ihren eigenen sexuellen Marktwert angeht, nicht viel höher hätte kommen können. Also eine Frau. Und ich glaube, da müssen wir uns auch nicht drüber streiten, weil ich finde es ganz wichtig, dass man diese Diskussion so führt, dass man nicht irgendwelche Vollidioten im Männercamp oder im Frauencamp, Thema Feminismus, gleich so anstachelt. Sondern dass man wirklich erklärt, Hey, guck mal, es ist tatsächlich logisch, was man hier redet. Finde ich ganz, ganz wichtig. Also, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass wenn du jetzt in einer Kellerwohnung in Marzahn lebst und arbeitslos bist, du sicherlich keine Rechtsanwältin verführen wirst, die in gehobenen Kreisen unterwegs ist und sich um ihr Aussehen und ihren Körper kümmert, dass das nicht passt, darüber müssen wir uns, glaube ich, nicht streiten. Und dass das in Ordnung ist, dass es nicht passt, weil die einfach ganz unterschiedliche Leben führen, das, denke ich, ist auch in Ordnung für jeden von uns. Genauso ist es natürlich, dass, wenn du da eine Frau hast, die irgendwie auf Hartz-IV-Niveau rumdümpelt, die natürlich auch keinen super krassen Mann abkriegen kann. Da kann es halt sein, dass dieser Mann, der auch in Marzahn wohnt und vielleicht nicht Hartz-IV kriegt, sondern einen, keine Ahnung, Mindestlohnjob oder was auch immer, für sie sozusagen das Beste ist, was sie kriegen kann. Und dann, manche Leute sagen halt, oh, sie liebt ihn für sich selbst, da geht es gar nicht um Status, aber auch da geht es um Status. Sie hat halt den Mann sich geholt, den sie gerade noch bekommen kann, den mit dem höchsten Status von ihrem Punkt aus gesehen. Das heißt nicht, dass sie absolut nicht auf Status geht. Sie hat sich den höchsten Status Mann bereits geholt. Okay, das ist ganz wichtig, weil der Mann mit dem höchsten Status, den eine Frau bekommen kann, bietet einfach die größten Überlebenschancen für das Kind. Das ist einfach nur logisch, das ist auch nichts Schlimmes. Und deswegen sage ich, diese Unbekommenheit ist nicht schlimm, du musst sie nur verstehen. Du musst verstehen, warum dich deine Freundin ausgewählt hat. Natürlich erzählt sie dir das nicht genau so. Vielleicht weiß sie es nicht, aber selbst wenn sie es wüsste, würde sie dir das so nicht erzählen, denn das wäre auch sehr verletzend. Das würde dich desillusionieren und das wollen wir halt nicht. Das ist nicht anerkannt, das so zu erzählen, deswegen macht man es nicht. Und da muss man auch den Frauen keinen Strick draus drehen. Das ist bei uns allen so. Es gibt Dinge, die erwähnen wir alle nicht. Sollten wir vielleicht, ist aber nicht so. Es ist einfach nicht anerkannt, so zu reden. Es ist einfach nicht anerkannt, das zu sagen, weil wenn du das sagst, bist du oberflächlich. Wenn du es so formulieren würdest, bist du oberflächlich. So sehe ich das aber nicht. Die Frau versucht also, den Höchststatus-Mann zu bekommen. Und Status hängt natürlich von verschiedenen Dingen ab. Wir haben schon mal über Status geredet. Klar, viele verschiedene Sachen laufen da mit rein, Status. Aber es hat eben auch viel mit ganz klassischen Status-Sachen zu tun, die an die du jetzt auch tatsächlich gerade denkst. Das Ding ist, Status. Also deswegen rede ich auch immer wieder darum, dass man sich sein gesamtes Leben angucken muss und sein gesamtes Leben verbessern sollte als Mann auch für dich, damit du dich besser fühlst. Denn du wirst dich auch besser fühlen, wenn du im Status steigst, natürlich, und hast dann Zugriff zu anderen Frauen. So funktioniert der Dating-Markt tatsächlich. Und wenn du dich mal umschaust, dann wirst du das auch so feststellen. Deswegen sind hübsche Menschen oft mit hübschen Menschen zusammen. Das ist auch eine Status-Sache. Deswegen sind Akademiker oft mit Akademikern zusammen. Status-Sache. Ja, das kannst du beobachten. Klar gibt es die Ausnahmen, aber die bestätigen nur die Regeln. Das heißt, dir muss klar sein, dass deine Frau nicht nur wegen dir mit dir zusammengekommen ist und weil du so toll bist. Klar bist du toll, aber du bist auch toll wegen deines Status. Denn jeder Mann, der mal in einer Beziehung war, am Anfang, sag ich mal, auf so einem Level war und dann in der Beziehung ein bisschen rumgefaulenzt hat, und ich habe das auch gemacht, und dann, sag ich mal, auf einem geringeren Status-Level angekommen ist, hat gemerkt, wie auf einmal das Interesse der Frau nicht mehr so groß war. Und dann vielleicht die Beziehung zu Ende war und die Frau ist eine andere Beziehung gegangen mit einem Status höheren Mann. Wer das schon mal erlebt hat, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist nichts Ungewöhnliches und ich finde auch nichts Schlimmes. Das ist einfach die normale Programmierung. Das hat über ganz lange Zeit das Überleben für die Frau und ihren Nachwuchs am allerbesten gesichert. Du als Mann musst dir nur bewusst darüber sein, dass es das gibt. Also du darfst da nicht blind reinrennen im Sinne von, oh, sie liebt mich ja sowieso nur für den, den ich bin. Ich glaube, Liebe für den, den man ist, ist in sowas Partnerschaft, Leidenschaftlichen sehr selten zu finden. Zumindest in Reinform. So ein Statusding spielt immer mit. Wie gesagt, es gibt da krassere Auswirkungen und weniger krassere. Und wenn du jetzt von der Kirche kommst, dann nimmst du diese Sachen vielleicht weniger wahr. Dann haben diese Sachen vielleicht einen geringeren Einfluss. Aber da sind sie trotzdem. Sie sind immer da. Und das muss dir bewusst sein. Frauen werden dich nie so lieben, wie du denkst, dass sie dich lieben sollten oder könnten oder müssten. Sondern sie werden dich eben so lieben, wie ich es gerade erzählt habe. Ja, es hat mit Status zu tun. Es hat mit deinen Erfolgen als Mann auch in gewisser Weise zu tun. Du musst natürlich diesem Schema nicht folgen. Du kannst natürlich auch sagen, ich scheiße da drauf und kümmere mich nicht um diese Sachen. Kannst du auch machen. Das ist ja kein Muss. Ich erzähle dir nur davon. Du kannst darauf scheißen. Dann musst du dich nur damit abfinden, dass du, ich sag mal, eine geringere Qualität an Frau bekommst, was vielleicht den Status angeht, was vielleicht das Aussehen angeht, was vielleicht emotionale Reife angeht. Wobei das nicht unbedingt damit zusammenhängen muss. Dann musst du dich wahrscheinlich mit einem geringeren Status an Frau zufrieden geben. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist nur einfach so. Man muss sich dessen bewusst werden. Es geht nicht darum zu sagen, das ist schlimm und das ist das, was du unbedingt machen musst. Du kannst machen, was du willst. Deswegen ist es ja dein Leben. Aber du musst dir dessen bewusst sein. Dir muss klar sein, dass das so läuft. Und wie gesagt, jeder Mann, der in der Beziehung war, hat das sicherlich auch so schon mal erlebt mit diesem fliegenden Wechsel, sag ich mal. Ja, der Mann ist erstmal eine ganze Weile down nach einer Beziehung, wenn die nicht geklappt hat. Aber die Frau ist oft so, meistens schon den nächsten Typen am Start und dann direkt in der nächsten Beziehung. Für die Frau war das auch in der Vergangenheit wichtig. Wenn du ein Kind bekommen hast, dann musstest du auch direkt in der nächsten Beziehung sein. Weil irgendwer muss sich darum kümmern. Es gibt diese ganz interessante Theorie und ich weiß, diese Uhrzeittheorien sind immer so ein bisschen verschrien, wenn es um diese ganze Dating-Sache geht. Aber ich finde, das klingt sehr sinnvoll. Angenommen, ich habe hier einen Stamm. Das ist mein Stamm, der Tim-Stamm. Und du hast hier deinen Stamm, der Frank-Stamm. So, und ich überfalle jetzt deinen Stamm. Und ich töte alle Männer in deinem Stamm. Was mache ich mit den Frauen? Die Frauen töte ich nicht. Die Frauen nehme ich halt, keine Ahnung, mit in meinen Stamm, um mit ihnen zu schlafen oder was auch immer. Ja, die Frauen oder damit sie arbeiten oder was auch immer. Ich töte sie aber nicht. So, und das war ja oft so. Die Frauen wurden dann nicht getötet, sondern wurden halt mitgenommen. So, jetzt musst du als Frau die Fähigkeit entwickeln, um zu überleben, dich schnellstmöglich von diesen Männern hier emotional abzukapseln, die jetzt tot sind, und dich auf neue Männer einlassen zu können. Weil nur so kannst du überleben. Das ist eine Überlebensstrategie. Deswegen fällt es Frauen so einfach, in einer Beziehung zu cutten und in der nächsten Beziehung zu sein. Das fällt denen einfacher als Männer, weil das deren Überlebensstrategie war. Ich habe auch was gehört. Ich habe das nur mal gehört. Ich werfe das nur in meinen Raum. Das ist jetzt keine valide Aussage. Ich habe gehört, dass Frauen öfter dieses Stockholen-Syndrom haben. Dieses psychologische Syndrom, dass wenn du entführt wirst, du mit deinem Entführer sympathisierst. Frauen haben das angeblich öfter als Männer, was auch wieder Sinn machen würde, aufgrund der Theorie, die ich gerade erklärt habe. Frauen sind da also anders gewired. Also wichtig ist einfach nur zu erkennen, diese unbequeme Wahrheit, die unter all diesem Romantizismus und all diesem Oh, Frauen sind so toll. Oh, Frauen sind wie Engel. Frauen sind nicht wie Engel. Frauen sind auch Menschen, genau wie du ein Mensch bist. Männer sind Menschen, Frauen sind Menschen. Und wir haben alle unsere biologische Programmierung. Das heißt nicht, dass wir dieser biologischen Programmierung folgen müssen. Das müssen wir nicht. Aber sie ist da und sie hat einen Einfluss. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und du musst dir bewusst sein, wie das auf dem Datingmarkt läuft. Dieses, oh ja, sie liebt mich für mich selbst. Sie liebt mich, weil ich ich bin. Das ist einfach nur dumm und kurz gedacht. Ja, wenn du denkst, dass das so funktioniert, denk nochmal. Kann natürlich sein, dass du, ich sag mal, eine Frau bekommen hast, die so krass statusmäßig unter dir ist, dass du wirklich einfach auch ein bisschen chillen kannst, weil sie niemals da dran kommen wird und niemals denken wird, sie kann was höher statusmäßiges haben. Das kann natürlich auch sein. Aber sei dir dieser Sachen bewusst, sei dir dieser Status Sachen bewusst und diesen Dynamiken dahinter bewusst. Und wie gesagt, niemand möchte dich gerne ansprechen. Warum? Das klingt halt einfach fies. Also wenn ich das erzähle, du denkst, man könnte jetzt denken, was bin ich für ein fieser Typ. Aber ich möchte es nur aufdecken. Ich möchte es nicht bewerten. Das eine ist nicht schlecht als das andere. Es ist einfach so. Und das ist einfach Teil unseres Menschseins. Und das ist doch auch in Ordnung. Aber die Leute wollen das nicht gerne sagen, weil das nicht so cool klingt, wie zu sagen, sie liebt mich für den, der ich bin. Ja, sie liebt dich für den, der du bist. Aber sei dir bewusst, was das wirklich bedeutet, der, der du bist. Dein Status, dein Stand, das sind Sachen, die spielen damit rein. Und wenn du das gerne mal selbst ausprobieren möchtest, wenn du mal eine Hypothese verifizieren möchtest für dich selbst, was ich dir nicht empfehlen kann, dann geh mal in eine Beziehung, arbeite vorher. Also kumme dich vor an dich, geh in eine Beziehung, faulen sie rum und guck mal, was passiert. Guck mal, ob die Beziehung noch genauso gut ist wie am Anfang. Und dann wirst du merken, oh, Tim hatte wahrscheinlich recht. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren, wenn du keine weiteren Videos verpassen willst. Unter mir kannst du dich für ein Coaching dieses Jahr bewerben, wenn du viele Frauen kennenlernen willst, mit Frauen schlafen willst, eine Freundin finden willst. Das kriegen wir erledigt. Wenn du dieses Jahr zum geilsten Jahr deines Lebens mit Frauen machen willst, kommst du zu mir ins Coaching. Da kannst du dich bewerben. Unten rechts geht es zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir das Video gefallen hat. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.